Musik Jetzt zweimal an den Stein geschlagen, sauber. Musik Das war jetzt mies. Den hätten wir gelegt, aber ich wollte ja unbedingt das Reitier haben. Musik Was ist denn für eine Jagdprüfung? Musik Also mal so nebenbei, ne? Ich befinde mich gerade im Level 15er Gebiet hier. Musik Aber bin ich gerade mal... Wo ist meine Stufe? Ich habe es gerade irgendwo gesehen. Mist, ey. Hm, nein. Herstellen, Karte, Quest, nein. Fertigkeiten auch nicht. Ah, Stufe 8. 8. Ich will es nochmal vormerken. Und danke für Rips, Andi und Claudia. Oh, 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 oh. Den will ich nicht haben. Wir gehen hier oben lang. Hier ist glaube ich safe. Bist du Gegner oder Freund? Ich weiß es nicht. Oh, es sind Freunde, okay. Gut, dass wir die nicht treffen konnten. Problem. Es sei denn, jemand zahlt zurück. Deine Freunde sind in Gefahr? Mitarbeiter. Nicht Freunde. Eine Handelskarawane auf dem Weg zu dem Banuk und der ganze Weg wimmelt von Maschinen. Ich habe sie mit genügend Sprengpfeilen versorgt. Bei der Sonne, sie ließen sie zurück. Was für Maschinen lauern denn auf dem Weg? Plünderer und Langbeine, soweit ich weiß. Und ich hörte von etwas viel Schlimmerem. Etwas, das gnadenlos zuschlägt. Ohne Sprengpfeiler haben sie vermutlich keine Chance. Wenn ich die Karawane sehe, werde ich für sie tun, was ich kann. Tja, das ist schon mal mehr, als mir dieser wertlose Abschaum hier angeboten hat. Hier, das ist meine Munition für die Karawane. Du wirst sie brauchen. Und die Sonne leuchte für dich. Und die Sonne leuchte für die Karawane. Und sie wurden alle erledigt. Und die Schatten haben wir geschafft. Und die Schatten haben wir unterschätzt. Mh! Irgendwie irgendwelche NPCs hier im Weg rumstehen, ne? Das ist meine Quest da unten rum zu bollern und ja, ich glaube schon, ne? Einmal haben wir es ja geschafft. Gehen wir weiter außen rum. Die habe ich schon ein Auge gemacht, wisst ihr? Okay, das sind Wächter. Für mich. Das ist nicht meine Quest. Die liegt noch weiter da hinten. Und das ist nicht mein Auge. Klar, ich bin ein Auge. So, ich bin ein Auge gemacht. Ich bin ein Auge, also ein Auge, also ein Auge. Mal ganz genau, die hier. Und ich bin ein Auge gemacht. Diesen Todeschlag, den habe ich gerade gesucht und ich wurde gefunden. Wir müssen rennen. Der kann schießen. Oh ne, verstecken bringt nichts. Oh, fuck. Am süßen Erschkind vorbei. Mein Gott. Beides ist echt gefährlich. Wie geht's, Gebirge? Alter, der da unten, der war fies, ne? So, unsere letzte Aufgabe mit Rust. Nö, wir haben hier schon wieder gesehen. Kommen Sie, verdorbene Wächter. Von dem Maria gesprochen hat. Was liegt im Trümmer? So, wir haben erst mal hier. Die Maschine ist schnell. Die hört sich verdammt nah an. Okay, hat uns gesehen. Okay. Nein, noch eins, scheiße. Ja, ähm, jetzt habe ich ein Problem. Ich renne mal irgendwo hin. Ich renne mal irgendwo hin. Easy. Hallo. Ey, sie sind ja voll weit von meinem Ziel abgekommen, ne? Was treibt ihr nicht? Das wird nicht klappen. Easy. Bleib liegen. Bleib liegen. Meins. Was ist das? Boah, ein Horr auf die Feuerpfeile. Hi, mein Freund. Boah, ist wieder mitten ins feines Gebiet rein, ne? Nein, nein, wir gehen außen rum. Wir gehen ganz weit außen rum. Bis unser Freund wieder stirbt. Alter. Der Wegweiser ist so ein für den Arsch, ne? Geh doch da durch. Ist doch nur Wasser. Danke. Also speichern hier. Das war's für den Arsch. Ey, gerade zeigt die mir keine Quest an, ne? Oh, wir können Angriff machen. Nice. Oh, wir können Angriff. Korb, bin tot. Oh, direkt neben mir vorbeilaufen. Oh, komm. Oh, wir können Angriff.